... mit Ihren Referenten in den Workshops zu finden. Gemäß, wie der Clemens Trilling gesagt hat, wir möchten die Antworten auf der Ebene der Organisation finden, auf der Ebene der Mitarbeiter finden, auf der Ebene der Prozesse finden, um hier diesem Thema auch den Raum zu geben in seiner gesamten Vielschichtigkeit. Mit diesen Worten darf ich auch gleich Herrn Prof. Wimmer überleiten, der uns gemeinsam noch näher zu diesem Thema hinführt. Danke Ihnen. Ja, ich bin da auserkoren worden und freue mich sehr, hier ein paar einleitende Überlegungen zu dieser Thematik, die der Herrn Schmolle schon gut aufgelenkt hat. Er hat für mich eine wunderbare Steilvorlage geliefert, dass die Themenspektrum, die Spannungsfelder bis hier heute zu beobachten, zu erleiden, zu managen, was immer die Rolle ist und die Erlebnisse und andere Formen, in denen wir drinnen sind. Vielleicht vorweg ein paar Überlegungen, aus welchem Hintergrund ich spreche. Ich habe eine mehr als 40-jährige Geschichte in der Auseinandersetzung um Gruppen und Teams mit dem Peter Heinl zusammen, seit den späten 60er Jahren. Ich bin aber immer schwerpunktmäßig in Organisationen tätig gewesen, die in irgendeiner Weise einen Weiterentwicklungsbedarf angemeldet haben und wo es darum gegangen ist, sie zu begleiten und zu unterstützen, um bestimmte Herausforderungen managbar zu machen durch diesen externen Support. Das heißt, dieser Zusammenhang von Organisationsberatung auf der einen Seite und ein lebensgeschichtlich tiefer Anker des Faible für das, was Teams und Gruppen ausmachen, das ist ein bisschen mein Hintergrund. Und was Organisationen betrifft, habe ich mich in den letzten 20 Jahren verstärkt mit familiengeführten Organisationen beschäftigt, die nochmal einen ganz bestimmten Typus von Organisationen repräsentieren, wo spannenderweise natürlich Gruppenphänomene vorkommen, aber stärker eingefärbt durch das, was Familie ausmacht. Also Face-to-Face-Kommunikationsmuster, aber familiär eingefärbt. Und auf der anderen Seite natürlich Organisationsstrukturen, die mit den klassischen Vorstellungen von Organisationen in der Regel sehr wenig gemeint haben. Und diese Phänomene beschäftigen mich ganz besonders in den letzten zwei Jahrzehnten, weil ich überzeugt bin, dass dieser Organisationstypus, wenn er entsprechend gut gewartet und weiterentwickelt wird, die bessere Alternative zu den börsennotierten Unternehmungen darstellt. Besser im Sinne von Nachhaltigkeit, von auch gesellschaftlicher Verantwortung mit übernehmend, einen größeren Zusammenhang des eigenen Umfeldes auch in die internen Entscheidungsprozesse mit inkludierend. Jetzt habe ich ein paar persönliche Outings, damit sie mich einordnen können, hier gemacht. Ja, wie gesagt, mich freut es sehr, dass ich bei dieser Schmiede mit dabei sein darf und schauen, ob man das Eisen jetzt ein Stück anwerbt, das in den nächsten zwei Tagen dann auch gehämmert oder was immer bearbeitet wird. Ja, ich habe mir das so überlegt, dass ich zunächst ein paar Sätze dazu sage, wozu benötigen Organisationen überhaupt Teams? Da gibt es eine klassische Antwort, aus der wir sozialisationsmäßig herkommen und es gibt eine etwas aktuellere Antwort, die etwas damit zu tun hat, dass die Organisationen von heute eben nicht mehr die Organisationen der 50er, 60er, 70er Jahre sind, dass sich hier dramatische Veränderungen im Selbstverständnis von Organisationen abgespielt haben, die es auch notwendig machen, das Thema Team zu reformulieren und auch neu zu positionieren. Vor dem Hintergrund würde ich mich dann gern mit der Teamarbeit in Organisationen etwas intensiver beschäftigen, und sagen, was ist die spezifische Leistung, die Teams in heutigen Organisationen erbringen können, wozu braucht man die, an welcher Stelle braucht man die und an welcher Stelle besser nicht, dass man da auch differenzieren lernt, um vor dem Hintergrund dann vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, was die Arbeitsfähigkeit, die Funktionsdüchtigkeit von Teams letztlich ausmacht, wenn sie in Organisationen ihre Aufgaben nachkommen wollen. Also zum Thema, was das Spezifische jetzt auch des Leistungsvorteils von Teams ausmacht und wie der nukriert werden kann, unter welchen Rahmenbedingungen er sich auch wahrscheinlich einstellen kann oder auch nicht einstellen kann, was das auch behindert. Also das ist so ein bisschen mein roter Faden, den ich mir überlegt habe. Ja, wir haben ja gerade dort, wo man aus der Gruppennamik und Organisationsentwicklung klassischer Art zurückgehend auf das, was Kurt Lewin nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Gang gesetzt hat, wenn man dieser Professionstradition angehört, so wie ich, dann hat man gelernt, dass Teams letztlich eine ganz spannende, lebendige Alternative von der Arbeitsorganisationsform zu dem, was klassische Organisationen darstellen. Klassische Organisationen, die angetreten sind, im Zuge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts sich als soziales System herauskristallisiert haben, also ein Produkt des Industrialisierungsprozesses, des Wegs in die Moderne, wo man einen Großteil der häuslichen Arbeit umgeformt hat in außerhäusliche Arbeit, Organisationen, die Adresse, gesellschaftliche Adresse für die Organisation von Arbeit, für die Erledigung bestimmter Aufgaben in unserer Gesellschaft geworden sind. Und dieser Transformationsprozess gesamtgesellschaftlich hat soziale Systeme geformt, die darauf spezialisiert waren, Personen, die ihre persönliche Existenzgrundlage durch Arbeit sicherstellen müssen, die Personen so weit zu bringen, dass sie ihre Arbeitskraft, ihr Engagement, den Gegebenheiten der Organisation zur Verfügung stellen, ohne sich persönlich weiter in nennenswerter Weise sozusagen zu engagieren. Das heißt, sich emotional zu involvieren über die einfache Austauschbeziehung Geld gegen Arbeit hinaus, sich da in den persönlichen Regungen, wenn man so will, aus der Organisation rauszuhalten. Dieses Zone of Indifference, wie man das in der damaligen Organisationstheorie genannt hat. Das heißt, Organisationen setzen auf das, was Habermas die Dominanz der instrumentellen Vernunft genannt hat, setzen darauf, dass sie Menschen für die Arbeitserledigung kriegen, die sich durch die Spielregeln der Organisation steuern, einfügen lassen und sich aber darüber hinaus in ihren individuellen Eigenheiten, Besonderheiten und so weiter aus der Organisation draußen halten und die auch an der Garderobe sozusagen auch diese Strebungen ein Stück abgeben oder jedenfalls außen vor lassen. Der Schmollaut ist ja schon ein bisschen aufgezeichnet, also das Steuerungsprinzip der Hierarchie, der Zerlegung von Arbeiten, so dass ein Einzelner sie erledigen kann, ohne sehr viel Kommunikationsaufwand treiben zu müssen. Der einzige Kommunikationsaufwand, den man braucht, ist die Abstimmung nach oben in der Vertikale, von unten nach oben Informationen, von oben nach unten in der Anweisungs- und Weisungszusammenhang. Da wissen Sie ja alle, wenn Sie ein bisschen die Historie sich auch damit auseinandergesetzt haben, dass in den 30er Jahren insbesondere hat es begonnen, dass man die, wenn man will, Defizite, die Begleiterscheinungen, die dieses Organisationsmodell mit seiner Funktionsorientierung und seiner Hierarchie ausgerichtetheit, diese negativen, wenn man will, Begleiterscheinungen auch für die Organisation, aber insbesondere für die beteiligten Beschäftigten, dass man begonnen hat, die intensiver zu sehen und hier teamförmige Formen der Arbeitsorganisation als Gegenmodell aufgebaut hat, die ganze Human-Relation-Bewegung, die Organisationsentwicklung in den späten 40er und dann 50er Jahren fußt auf diese Vorstellung, dass wir menschliche Arbeit anders organisieren müssen, als es die klassische Hierarchie getan hat und hier bietet sich die Team-Konstellation als organisatorische Alternative an. Das Attraktive daran ist eben, dass im Team der Einzelne als Person auch wieder gefragt ist, vorkommt eben nicht nur die Dominanz der instrumentellen Vernunft, dass man in mein Rädchen eingebettet in die Maschinerie der Organisation ist, dass es darauf ankommt, dass der Einzelne auch seine persönlichen Anliegen, sein Engagement, seine Interessen einbringt in die Prozesse, dass diese Art von Partizipation auch sachlich zu besseren Ergebnissen führt und nicht nur eine Ermöglichung auch darstellt für die persönliche Weiterentwicklung, also sowas wie Personenbehandlung, Persönlichkeitsentwicklung, Emanzipation und so weiter. Also diese ganzen hoch individuellen Anliegen in solchen Arbeitszusammenhängen auch realisiert werden kann, dass es im Team natürlich gerade nicht diese Städte, viele entfremdende Asymmetrie, wie das die Hierarchie hat, sondern Teams eben sehr, sehr viel auf Gleichberechtigung, horizontale Kooperation und so weiter sind. Das heißt, hier ist über die Jahrzehnte ein Team-Modell gebaut worden, das sich jetzt, wenn man so will, von seinem Selbstverständnis normativ als Gegenwelt zur Organisation, die gleichgesetzt ist mit dem Begriff der Hierarchie, Organisation und Hierarchie ist synonym, wenn man so will, in dieser Tradition als Gegenmodell aufgebaut und entwickelt worden ist. Und die These, mit der ich hier operiere, ist, wenn man ein angemessenes Verständnis von Teams und Organisationen in der heutigen Welt entwickeln will, dann werden wir nicht herumkommen, diese normative Aufladung, die sich um sozusagen diesen Selbstverwirklichungsemanzipatorischen und so und so weiter, diese ganzen menschenbezogenen, individuumsbezogenen Aufladungsmöglichkeiten des Begriffs Team oder Gruppe, dass wir dort einen ziemlich kritischen Blick darauf entwickeln. Also das ist meine erste provokante Einladung, mit dieser normativ-positiven Besetzung des Teambegriffs, die Semantik, die mit Team und Gruppe über die Jahre und Jahrzehnte sozusagen sich entwickelt hat und das, was emotional hier mitschwingt, führt zu einer ganz spezifischen Aufladung dieser Begrifflichkeit und dieser Formationen. Und alle, die diese Aufladung im Kopf haben, sind im Umgang mit Teams in heutigen Organisationen extrem enttäuschungsgefährdet. Da ist ein hohes Enttäuschungspotenzial drinnen. Und warum das ist, möchte ich gleich ein paar Sätze dazu sagen. Ich erspasse Ihnen jetzt intensiver auf das organisatorische Gegenmodell zur klassischen Hierarchie, nämlich das Familienunternehmen und seine Eigenheiten einzugehen. Das wäre sozusagen eine eigene Spur, auch in Auseinandersetzung mit Teams und Teamentwicklung in solchen Formationen, die jetzt aus zeitlichen Gründen nicht Platz hat. Die These ist, dass für heutige Organisationen Teams im Wesentlichen einen unverzichtbaren Stellenwert zum Fertigwerden, zur Bewältigung der in den letzten zwei, drei Jahrzehnten enorm gesteigerten Eigenkomplexität von Organisationen anzusetzen sind. Sie haben einen unverzichtbaren Stellenwert, dass Organisationen, die in Auseinandersetzung mit den relevanten Umwelten, den Märkten, was immer die Umwelten sind, diese Komplexitätssteigerung, die sich Organisationen dadurch eingehandelt haben, um antwortfähig zu bleiben, dass hier Teams einen unverzichtbaren Stellenwert einnehmen, einen sehr präzise benennbaren Stellenwert ein, dass Organisationen mit dieser Eigenkomplexität fertig werden. Das ist eine ganz andere Funktionsbestimmung von Teams, als wir es in der klassischen Vorstellung hatten, wo Teams sozusagen, wenn man will, kompensatorische Lebenswelten sind um besser mit den hierarchischen Verhältnissen und ihren Entfremdungsphänomenen in Organisationen fertig zu werden, wenn sie diese zwei Funktionsbestimmungen nebeneinander. Was meine ich mit dieser gesteigerten Eigenkomplexität? Was waren die Treiber dieser Entwicklung? Im Wesentlichen ist das dadurch erzeugt worden, dass Organisationen animiert worden sind, manche auch gezwungen, ihre Binnendifferenzierungsformen, also wie sie nach innen gegliedert sind, im Dienste der Antwortfähigkeit gegenüber einem relevanten Umwelten, diese Binnendifferenzierungsformen flexibler, variantenreicher, unterm Strich, aber immer in tendenzieller Auflösung der klassisch-funktionalen Gliederung, also nach sauber separierten, gegeneinander abgegrenzten Funktionsbereichen, wie Verkauf, Arbeitsvorbereitung, Produkteentwicklung, Produktion, Logistik, After Sales Management, IT und so weiter. Das sind die klassischen Gliederungsprinzipien von Organisationen, die man heute, zumindest in der Wirtschaft, immer weniger mehr in der reinen Form beobachten kann und die sind abgelöst worden durch alternative Differenzierungsformen, die in ihrer Realisierung ein anderes Niveau an Komplexität in die Organisation eingeführt haben, als es die klassischen Aufbauprinzipien von Organisationen getan haben. Also da kann man unterm Strich sagen, also die klassische Hierarchie ist ein internes Prinzip der Gliederung, Untersteuerung gleichzeitig, das für vergleichsweise einfache Welten gebaut ist. Und für die Welten, mit denen heutige Organisationen zu tun haben, ist das eben nicht mehr ausreichend und deswegen beobachten wir eben in verstärktem Maße seit etwa der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wo das massiv losgegangen ist, dass sich hier eine Vielfalt von Gliederungsprinzipien durchgesetzt haben, die in der Regel auch in bestimmten Mischverhältnissen in Organisationen zum Tragen kommen. Also zum Beispiel, was einem sehr beliebt ist, das Prinzip der Fraktalität oder der Selbstähnlichkeit, wie wir sagen. Das heißt, dass man die Organisation wieder intern nach den Grundgedanken des Unternehmens baut. Also man macht Unternehmen in Unternehmen, Wirt ist sicher ein Paradebeispiel und kriegt dort eine Vielzahl von Subunternehmen, die aber letztlich daran gemessen werden, dass sie wie Unternehmen erfolgreich sind. Und wenn sie das nicht sind, kriegen sie Probleme. Das heißt, wir kriegen in die Organisation eine Vielzahl von unternehmerisch verantwortlichen Einheiten und auch Figuren an der Spitze dieser Einheiten, die sich nicht mehr im klassischen hierarchischen Sinne steuern lassen, sonst werden sie nicht unternehmen. Wir haben nicht zuletzt durch die Entwicklung auch viele Organisationen, die man quasi um einen Kernprozess herum organisatorisch sozusagen gliedern kann. Wir nennen das prozessorientierte Organisationsarchitekturen, etwa der Automobilbau zumindest in seiner Produktionslogik, wo man bestimmte Prozessabschnitte sehr eng miteinander verkettet und die Leistungsfähigkeit der Gesamtorganisation darauf beruht, dass jeder einzelne Prozessabschnitt, meinetwegen die Rohkarosserie oder die Lackierung oder später dann die Montage und so weiter, dass jeder Prozessabschnitt sich sozusagen nicht zu Lasten anderer Prozessabschnitte optimiert, sondern dass die Einzeloptimierungen immer mit Blick auf das Gesamtoptimum laufen und solche Architekturen sind nicht mehr im herkömmlichen Führungs- und Steuerungsmodus managbar. Die brauchen, darauf geht es an, entsprechende horizontale, also teamförmige Führungskonstellationen. Das gilt natürlich auch für Projektorganisationen, also dort, wo die Leistung in Projekten besteht, wie in der Beratung oder im Anlagenbau oder Bauwirtschaft überhaupt und so weiter, und die entsprechende Varianten in sich im Verhältnis von sozusagen zeitbegrenzter Projektorganisationen und der Linie, die dazu dienstleistend in Beziehung tritt. Ich denke, diese ganze organisatorische Vielfalt, die wir heute vorfinden, ist immens noch gesteigert worden durch den Internationalisierungsprozess der letzten zwei Jahrzehnten. Das kommt nochmal eins drauf, weil dann habe ich es nicht nur im eigenen Land, sondern dann habe ich das eben durch die internationale Arbeitsteilung, dann gibt es Entwicklungsbereiche in China, in Indien, es gibt Produktionsstätten in den verschiedensten Weltregionen, es gibt die unterschiedlichsten Vertriebsformen vom Key-Account, die zentral gemacht werden bis Vertriebseinheiten in den Regionen, die zueinander in eine brauchbare Koordination gebracht werden. Also Schlüsselbegriff ist brauchbare für das Gesamtsystem, wirkungsvolle Koordinationsmechanismen, die klarerweise die klassischen hierarchischen Steuerungsprinzipien total überfordern. Die Konsequenz daraus ist, dass ein Großteil des Führungsgeschäftes, so meine These, sich in horizontale Abstimmungsprozesse verlagert. Und damit sozusagen der hierarchische Ebenenunterschied eine grundsätzlich andere Funktion kriegt, der verschwindet nicht. Er kriegt eine ganz andere Funktion, als das in der bisherigen Welt der Fall war, nämlich die Funktion jeweils für die charakteristischen Differenzierungsformen, die man gewählt hat, über die Ebenen hinweg die entsprechenden Erfolgsvoraussetzungen bereitzustellen. Also die Umstellung auf Kontextsteuerung, wie wir das nennen, Rahmenbedingungen zu setzen, dass die einzelnen Einheiten in ihrer Logik erfolgreich operieren können. Und letztlich so etwas wie eine Reißleine darstellen, die Hierarchie, dass die in solche horizontalen Abstimmungsprozesse unweigerlich eingebauten Selbstblockadechancen, also dass man nicht mehr vorwärts und zurückkommt, weil man halt zu keinen Entscheidungen ankommt, dass diese Selbstblockadechancen eine Entblockierungsschance kriegen. Das heißt, die klassische Hierarchie hat in einer Kernfunktion die Bereitstellung von den Blockierungsmöglichkeiten sicherzustellen, sodass überhaupt Entscheidungen garantiert werden können. Wenn man Organisationen mit dieser hier nur sehr kursorischen Beschreibung, was ich meine mit enormer Steigerung der Binnenkomplexität, und ich glaube, dass das nicht nur für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnungen gibt, die natürlich stärker durch den Globalisierungsprozess in diese Entwicklungen getrieben worden sind. Ich beobachte das aber eins zu eins, auch wenn man in die öffentliche Verwaltung hineinschaut ins Gesundheitswesen, was sich dort abspielt, gerade das Gesundheitswesen ist da ein Paradefeld, nicht für diesen Komplexitätszuwachs, den wir beobachten können. Selbst an den Universitäten tut sich da seit gut 10, 15 Jahren einiges, auch wenn die sich am schwersten tun, solche Strukturen zu akzeptieren und auch leistungsfähig zu machen. Was heißt es nun, dass wir Teamarbeit zur Komplexitätsbewältigung brauchen? Was sind die Stellen im Operationsmodus von Organisationen, wo ich sage, dort geht es nicht ohne Teams? Das würde ich ganz gern benennen. Das sind vier Dimensionen, die vielfach auch ein Stück miteinander vernetzt sind. Das eine ist, dieser Komplexitätszuwachs im Inneren und im Äußeren konfrontiert Organisationen mit der Anforderung, Entscheidungen herbeizuführen, die von einem hohen Maß an Nichtwissen geprägt sind. Also wir müssen entscheiden, obwohl wir zentrale Rahmenbedingungen für das Entscheiden nicht wissen können. Also wie wir sagen, professioneller Umgang mit diesem steigenden Maß an Nichtwissen und den Risiken, die dahin gebaut sind. Das heißt, gut funktionierende Teams sind sozusagen Risikoabsorptionseinrichtungen. Durch die spezifische Form, die der Gruppenvorteil ist, durch dieses wechselseitige Anregungspotenzial, kriegt man solche Entscheidungslagen in ihrer Risikohaftigkeit, in der Benennung dessen, was passieren kann, worauf man sich einlassen muss, sehr viel präziser bearbeitet. Also Strategie, also ich mache sehr, sehr viel Strategiearbeit in den letzten 20 Jahren in Strategieteams, wo es ja im Wesentlichen um Zukunft geht, und Zukunft kennt man nicht. Das Paradebeispiel für das, was mit Nichtwissen gemeint ist. Und trotzdem müssen wir uns als Unternehmen immer wieder jetzt festlegen, für das, was in den nächsten 15 Jahren mit unserem Unternehmen sein wird. Und wie kann man solche Entscheidungen verantwortungsvoll herbeiführen? Ja, sodass die Risiken, die da eingebaut sind, auch mit einem gewissen, ja, professionell abgesicherten, guten Gewissen und Handlungsführungszeichen, diese Risiken übernommen werden können. Das heißt, Teams sind Experten als soziale Einrichtung, um diesen Modus der Exploration, wie wir sagen, des Miteinander auf die Suche gehens, unterschiedlichste Aspekte berücksichtigen, die Vielfalt des ungesicherten Wahrnehmungspotenzials der Beteiligten als Ressource zu nutzen. Also das heißt, mit Zweifeln, mit Unsicherheit, miteinander ein tragfähiges Auseinandersetzungsverhältnis zu entwickeln. Dafür sind Teams im Besonderen gut. Ich spreche immer von gut funktioniert. Das muss man in Klammern immer dazu sagen. Der zweite Punkt, wo wir sie brauchen, überall dort, wo sozusagen bei aller Spezialisierung in den einzelnen Funktionsbereichen eine gute Lösung nur über funktionsübergreifende Abstimmungs- und Auseinandersetzungsprozesse, das hat der Schmoll auch schon angesprochen. Also wenn ich heute Produktinnovationen mache, dann ist es sinnvoll, dort nicht nur die Produktentwickler dran zu setzen, sondern die Vertriebler mit an Bord zu holen, aber auch die Produktionsleute, möglicherweise sogar auch die Supply Chain-Geschichten, weil das Ganze muss ja auch gut sozusagen transportierbar sein und mit den Kundenprozessen verknüpft und, 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 und. Das heißt überall dort, wo die gute Lösung an den Grenzen des Zusammentreffens von Expertisen entsteht. Das heißt, die gute Lösung wird sozusagen an der Grenze produziert und an der Grenze heißt immer, dass Leute in einer, ihre bisherige oder ihre angestammte Identität vor unsichernden Auseinandersetzungsprozess gebracht werden müssen. Das heißt, der Techniker muss auch kapieren, dass seine Logik möglicherweise aus der Kundenperspektive zu wenig weit springt und noch nicht mehr. Der Verkäufer, Vertriebsmann, der dem Kunden am Schoß sitzt, muss kapieren, dass die Kunden gewünschte Lösung möglicherweise für das Unternehmen wirtschaftlich den Ruin bedeutet. Und diese nur aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher Perspektiven herstellbaren Lösungen, die immer mit tiefen Verunsicherungen der angestammten Professionellen, die der Beteiligten dabei ist, dafür brauchen wir Teams. Und dafür brauchen wir auch das jetzt im generellen Sinn, das was man halt mit Diversity meint, das heißt, mit der Anreiberung von Organisationen mit sehr, sehr unterschiedlichen, vielfältigen Perspektiven. Und Organisationen sozusagen managt, dass sie das managbar kriegen, dafür brauchen sie diese spezifische Form der Begegnung, der Face-to-Face-Begegnung, die sie Teams auch darstellen. Der dritte Punkt, warum wir sie brauchen, ist, ich habe schon angedeutet, dass diese Eigenkomplexitätsentwicklung von Organisationen letztlich sich auch verdankt, dass unsere Organisationen aus Überlebensgründen, aus Gründen ihrer Antwortfähigkeit, eine Vielfalt von Zielkonflikten aus ihrer Umwelt nach innen hin, sozusagen importieren. Man hat meinetwegen die Verkehrsbetriebe, Stadtwerke privatisiert, weil man gehofft hat, dass damit einerseits die ökonomische Rationalität Platz greift in diesen Organisationseinheiten und nicht nur die politische, andererseits aber die politische Vernunft auch mitrealisiert wird, sodass qualitativ hochstehende öffentliche Güter dort zur Verfügung gestellt werden, nämlich verkehrsmäßige Versorgungssicherheit oder energiemäßige Versorgungssicherheit und so und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, unsere Universität, wo ich herkomme, als Privatuniversität, hat halt täglich spürt man das, die drei Grund-Zielkonflikte, wir müssen wirtschaften wie ein Unternehmen, sonst gibt es uns nicht mehr, wir müssen qualitativ hochwertige Lehre anbieten, sonst kommen die Studenten nicht zu uns, wir müssen was erzählen, und das sind angemessen Vortragungen, wenn man zu sagen, wenn man sagt, der Wissenschaft zahlt, was ist das für eine gute, die später tut sich, und diese drei, jetzt primitiv gesehen, diese drei Zielorientierungen, die eh hinzufangen, die sind sowas wie im Holocaust gegeneinander, das heißt, wie kriegt man Organisationen, die gezwungen sind, diese prinzipiell unvereinbaren Zieldimensionen in ein tagfähiges Verhältnis miteinander zu bringen, wie kriegt man das zustande? Und meine These ist, dass die Bearbeitung von Zielkonflikten in gut funktionierenden Teams am besten sozusagen beheimatet ist. Der vierte Punkt, der hängt ein Stück mit dem, was ich jetzt gerade sagte, zusammen, dass in dem Ausmaß als wichtige Koordinations-, das heißt Führungsleistungen, die horizontale wandern, kriege ich Koordination nur dadurch zustande, dass sich die Beteiligten in solchen Prozessen selber festlegen, wir sagen das, Steuerung durch Selbstbindung, nicht, man führt gemeinsame Entscheidungen herbei, wir machen das so und nicht anders, und ich brauche in solchen Entscheidungsprozessen am Ende das Vertrauen aller Beteiligten, dass sich jeder, wenn er hinausgeht, sich an dieses hier gemeinsam gefundene Commitment auch in der Realisierung seiner Nachfolgeentscheidungen in seinen Bereichen und so weiter dann hält. Das heißt, das sind Entscheidungen, die kommen nicht dazu zustande, dass ich sage, du musst, und dann geht man und tut, sondern kommen dadurch zustande, dass ein Prozess gelaufen ist, an dessen Ende sich jeder aus seiner inneren Verantwortung heraus vom Nein, mit dem er gestartet ist, zu einem Ja entwickelt hat und dieses gemeinsame Ja letztlich dadurch eine Tragfähigkeit in der Organisation entwickelt, dass jeder sich selbst gebunden hat an diese Sache und in seinen Entscheidungen auch sich dann daran erinnert und entsprechend auch sich innerlich verpflichtet wird. Also Koordination über Selbstbindung. Das sind die im Wesentlichen die Faktoren, die heute in Organisationen Teams unerlässlich machen. Also Sie sehen, das hat einerseits sachlich qualitative Themen, ja, Umgang mit Nichtwissen, Nutzen von Grenzerfahrungen und es hat auf der anderen Seite diese emotionale Seite, also überall dort, wo Akzeptanz für Koordinationswirkungen unerlässlich ist, der Beteiligten. Das, was ich mit Selbstbindung nenne, ist auf Teamkonstellationen sozusagen angewiesen. Also die Grundthese ist, die ich hier damit einmal in den Raum stelle, Organisationen heutigen Zuschnitts, sind für ihre Leistungsfähigkeit, für ihre Performance unerlässlich auf die Qualität leistungsfähiger Teams an bestimmten Stellen angewiesen und brauchen deshalb ein sehr ausgefeiltes Entscheidungsrepertoire, wann und wofür setze ich Teams ein und wo lasse ich das besser sein. Also diese Differenzierungsfähigkeit. Also das heißt, sehr, sehr sorgfältig umzugehen mit der Frage, wo tue ich mir und aus welchen Gründen die aufwändige Arbeitsform Team an, wenn es das erforderlich macht und wo vermeide ich diesen Begriff, weil er schlicht nur diese emotionale Aufladung transportiert, aber Arbeitsverhältnisse benannt, die mit Teams überhaupt nichts zu tun haben und wo es auch nicht sinnvoll wäre, von Teams zu sprechen. Diese Differenzierungsform ist noch ein bisschen schwieriger geworden heutzutage, weil sich die Kommunikationsmode gerade dramatisch auch verschieben, also die Kommunikationsweisen, die Medien, die wir nennen, dass wir eben nicht mehr nur mündliche Kommunikation face-to-face, sowas nehmen und halt schriftliche, dass man irgendwelche Protokolle verschickt und Flipchart-Protokolle oder sonst was, ja, Festlegungen, sondern was viel dominanter geworden sind, die computerbasierten Kommunikationsmedien, die einen erheblichen Teil des Abstimmungsaufwandes heute abdecken und wir auch noch keine wirklich brauchbaren Vorstellungen haben, wie sich diese deutliche Anreicherung der Kommunikationsmedien auf diesen Unterschied von Organisation und Team letztlich auswirken wird. Also das heißt, wie können Teams in ihrer Performance einerseits sozusagen ausreichend sicherzustellen, dass es face-to-face Kommunikationsanlässe gibt, auf das werden Teams nie und nimmer verzichten können, auch wenn viele im internationalen Kontext davon schwärmen, virtuelle Teams ins Fliegen zu bringen. Das halte ich auch ein Teil für diese Illusionsbildungen. Aber natürlich werden Teams, wenn sie in welchem Einsatz immer, ein lebbares Verhältnis zu diesen face-to-face Kommunikationsanlässen und Gelegenheiten auf der einen Seite und zwischenzeitlichen Kommunikationserfahrungen, die sich über elektronische Medien herstellen und dass das in ein konstruktives Verhältnis kommt und die Destruktionspotenziale, die da auch mit eingebaut sind, die jeder von uns kennt, ja, in den elektronischen Medien, dass die sozusagen ein Stück beherzbar werden. Abschließend ein paar Überlegungen, wenn ich noch Zeit habe, ein paar Überlegungen zu der Frage, was macht Teams arbeitsfähig. Darf ich noch? Ja? Der Clemens ist sozusagen mein Zeitwächter. Da ist die wichtige These, die wahrscheinlich hier im Raum die meisten Erfahrungen haben ja auch teilen, aber die in Organisationen kein eingeteiltes Wissen ist, ja. Nämlich, dass Teams nicht dadurch arbeitsfähig werden, dass man Leute zusammensetzt, ja, aus verschiedenen Bereichen ihnen einen Auftrag gibt, vielleicht noch einen Leiter hineinsetzt und dann loslaufen lässt. Teams und Gruppen sind soziale Gefüge, soziale Systeme, die als solches emergente, wie wir nennen, emergente soziale Systeme sind, die sich sozusagen erst herausentwickeln, also die eine entwicklungsorientierte Vorlaufzeit brauchen. Also Teams existieren, wenn sie so wollen, nicht per se. Ja, in der Systemtheorie nennt man das Interaktionssysteme. Ja, das was halt entsteht, wenn man zu Besprechungen zusammenkommt und so weiter. Nicht jeweils dort, wo Face-to-Face Kommunikation unter Anwesenden stattfindet, was wir eben nicht als in einer teamförmigen oder teamfähigen Konstellation meinen. Also wenn wir das akzeptieren, dass es hier eine entwicklungsorientierte Vorlaufzeit braucht, dann insbesondere in Organisationen müssen dort Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Teams, wenn man sie leistungsfähig machen will, auch diese Vorlaufzeit, dieses sich entwickeln können, einen bestimmten Reifegrad entwickeln können, dass das sie überhaupt möglich ist. Wenn man nicht unterscheidet zwischen Team und Organisation und alles, wo Menschen zusammenkommen in Abteilungen oder zu Besprechungen, all das mit Team, mit dem Teambegriff belegt, ja, unterschiedslos, ziemlich diffus, dann kommt man nie auf die Idee, dass es hier einen besonderen, ja, Entwicklungsanbrotkasten braucht, ja, für Teams, dass sie überhaupt ins Fliegen kommen können. Was sind denn so Grundprobleme, die in dieser Vorlaufzeit bewältigt werden müssen, also die auf dem Weg zum Team bewältigt werden müssen, ist das, ganz kurz benannt, das Team muss vergemeinschaften, das heißt sich selber aneignen, die Frage, wozu es das Team überhaupt gibt, was ist der Existenzgrund, ja, und ist das ein vernünftiger, ein sinnstiftender, sonst entsteht diese innere Beziehung gar nicht, ja, diese Vergemeinschaftung ist nicht dadurch gegeben, dass der Vorgesetzte sagt, macht's das, ja, das ist nicht von der Organisation ins Team importierbar, das ist eine Eigenleistung des Teams und wenn die verweigert wird, hat das Team immer entsprechende Klötze anbehalten. Es braucht eine emotional stabilisierte Grenze, also ein Innen-Außen-, ein Grundgefühl des Innen-Außen-Verhältnisses, also wer kehrt dazu und wer nicht, ja, je diffuser diese Frage ist, umso weniger können Teams in diesen Modus der Arbeitsfähigkeit kommen. Es braucht für jeden Einzelnen eine Grundsicherheit bezogen auf die Frage, habe ich hier einen guten Platz, das heißt, wie komme ich als Person hier in diesem Team vor und habe ich hier einen Platz, der meine Möglichkeiten sozusagen mobilisiert, wo ich diese Fähigkeiten einbringen kann und auf der anderen Seite ich aber auch das zurückkriege, was mein emotionaler Bedarf da drinnen ist, ja, also dieses, und das ist ein heikles Austauschverhältnis zwischen Person und Team, das sich mit dem Austauschverhältnis von Person und Organisation überhaupt nicht deckt, ja, und durch die Mitgliedschaft in der Organisation nicht abgedeckt ist. Mitglied sein in einer Gruppe heißt was anderes als Mitglied sein in einer Organisation. Der Unterschied wird in der Regel auch nicht gesehen. Der vierte Punkt ist, dass auf dem Weg zur Arbeitsfähigkeit so eine Grundsicherheit erstritten wird in der Gruppe, das geht nicht konfliktfrei, dass die Einflussnahme in der Gruppe nicht der persönlichen Profilierung der Mitglieder der Gruppe dient, also wenn man Einfluss nimmt, ob offiziell oder inoffiziell, wie immer, Einflussnahme stattfindet, ja, sie wird in Gruppen extrem kritisch beobachtet und wenn man, und das ist in der Ausgangslage, war nicht verhinderbar, dass man das Gefühl hat, da will sich jemand jetzt wichtig machen, profilieren und der macht es ja nur deswegen und so weiter, ja, und je geheimnisvoller, intransparenter diese Einflusskonstellationen sind, weil die Leute aus unterschiedlichen Abteilungen kommen und immer geheime Aufträge mit hineinbringen und so weiter, wo jedenfalls die Fantasien geweckt werden, dass es das gibt, je ungeklärter diese Dinge sind, umso mehr sind die Mitglieder in der Gruppe damit beschäftigt, die befürchteten negativen Auswirkungen dieser unerwünschten Einflussnahme zu konterkarieren. Und damit ist natürlich von Arbeitsfähigkeit keine Rede, ja, das heißt, es braucht erstrittene Sicherheiten, dass Einflussnahme im Dienste der Leistungsfähigkeit der Gruppe basiert und nicht im Dienste verdeckter anderweitiger Interessen. Ja, und da kann man jetzt dann natürlich für den normalen Arbeitsmodus dann einige Herausforderungen noch nennen, die aber jetzt auch schon angesprochen worden sind, eine ständige sozusagen Servisierung des Ausgleichsverhältnisses Individuum und Team, das hat Demenz auch schon angesprochen, Teams leben davon, dass jeder seine Energien zur Verfügung stellt und das tut mit dem Wissen, dass das, was rauskommt, nicht mehr seins ist. Das heißt, Teams enteignen ständig die individuellen Potenziale, machen sie sich zu eigen und das ist dann die Leistung des Teams, nicht? Und nicht mehr die Leistung des Einzelnen. Ja, und dieser Transformationsprozess, den muss man als Einzelner wollen, wenn man einen bestimmten Durchsetzungs- und sonstigen Selbstdarstellungsegomanischen Trip hat, muss man das in Teams entsprechend aushalten. Das zweite ist die Bewältigung der Resymmetrisierungsdynamik, wie ich sage, ja. Deswegen sind Teams ja auch so attraktiv, weil sie stabile Um-Munden-Verhältnisse hinausheulen. Wenn sie in Teams klare vorgesetzten Mitarbeiter, was ja vielfach ist, wenn man Abteilungsleiter hat seine Leute, wenn der immer aus der organisationalen Führungsrolle heraus seine Leute führt, wird daraus nie ein Team. Das kann es nicht werden. Hier braucht es eine andere Art von Führungsprozess in Teams, der eben auf einer horizontalen, wechselnden Einflussnahme und Schwerpunktbildungen und einer entsprechenden Rollenflexibilität beruht. Und wenn die nicht herstellbar ist, wird sich da keine Leistungsfähigkeit... Ein ganz wichtiger Punkt ist die Konfliktprophylaxe. Dadurch, dass Teams sozusagen existieren aus einer Balance zwischen der Bedeutung geklärter persönlicher Beziehungen, emotionaler Bedürfnisse einerseits und sachlicher Ansprüche, kriegen Konflikte sehr rasch eine schwierige sozusagen Zurechnungsdimension, hat der Konflikt, dass der Peter Heintl mir jetzt widerspricht, etwas zu tun, dass er etwas gegen mich hat, schon immer schon gegen mich gehabt hat und so weiter. Jetzt zeigt es sich wieder und so weiter. Das heißt, ich rechne das zu auf unsere Beziehung. Ich kann es aber auch zurechnen, dass es einmal schlicht anderer Meinung ist. Auf die Wetterebene zu gehen, sich das anzuschauen, was da jetzt eigentlich abläuft und so weiter. Das gehört alles zu dieser prophylaktischen Konfliktbearbeitungsseite. Und letzter Punkt. Teams sind der Ort in Organisationen, wo man Konsens tatsächlich als Ressource begreifen kann. Also dieses sich zusammenraufen, diese Art von Selbstbindung und so weiter, die entscheidende Ressource ist. Deswegen ist es heute auch wichtig, dass andere Entscheidungsmode, diese Entscheidungsqualität in Teams konsensorientiert gebaut ist und man keine Abstimmungs- oder Buchhandel und alle diese Sachen in Teams, die man sonst heute auch erlebt, nach Möglichkeiten nicht einreißen, weil das immer der Tod ist für die besondere Leistungsqualität von Teams, die ja darin besteht, dass jetzt im Face-to-Face-Prozess unsichere Situationen durch einzelne Beiträge ausgeleuchtet werden. Einzelne Beiträge, die dann ihrerseits wieder Anregungen für andere, die das gehört haben, die das verarbeiten, die ihrerseits wieder Beiträge liefen, die wieder andere und so weiter. Also dieses Kollektiv, dieser ganz heikle kollektive Denkraum, der in Face-to-Face-Kommunikationen geschaffen wird, macht ja diese charakteristische Leistungsfähigkeit von Organisationen aus. Und dieser kollektive Denkraum ist ein extrem störungsanfälliger. Und er ist nicht nur störungsanfällig durch die beteiligten Individuen und die Prozesse, die Gruppennamen, die da sich abspielt, er ist auch mindestens im selben Ausmaß störungsanfällig durch die organisationalen Rahmenbedingungen, die entweder zur Verfügung gestellt werden oder eben vorenthalten werden. Und deswegen brauchen wir heute vor allem Führungskräfte, die in der Lage sind, in ihrem eigenen Rollen, wenn man will, Profil oder in ihrem Rollensetting, in ihrem Repertoire unterscheiden zu können, wann bin ich in einer teamförmigen Konstellation, warum muss ich mithelfen, dass dieses Team ins Fliegen kommt und wo habe ich den organisationalen Führungshut auf, der ein anderer ist. Und es braucht entsprechend anderes Verhaltensrepertoire im organisationalen Kontext. Abschließend kann ich nur noch sagen, was ja Clemens auch schon angedeutet hat, deswegen finden wir Teams heute im Wesentlichen in sozusagen stabilen, das heißt nicht zeitlich begrenzten Organisationszusammenhängen. Das ist bedeutsam, insbesondere über die Hierarchieebene, den Führungsteam bis zum Top-Management-Team. Und wir finden sie natürlich in verstärktem Ausmaß, in temporären Organisationsformen, die man in der Regel mit Projekten bezeichnet. Insbesondere da muss man aufpassen, dass man genau hinschaut. Darum ist der Vergemeinschaftungsprozess des Sinus und Zweckes von Projekten und Projektteams so wichtig, dass Projekte eben nicht missbraucht werden für ungelöste Linienthemen und die Linie ihre Probleme in Teams exportiert und dadurch sicherstellt, dass man sich selber in der Linie nicht um die Probleme kümmern muss. Also dieser heute sehr, sehr verführerische Problemexport aus der Linienorganisation in projektförmige Strukturen ist einer der Komplexitätstreiber, und zwar der unnötigen Komplexitätstreiber, den sich heute Organisationen leider viel zu häufig leisten. Und das führt dann eben zu einer Abwertung auch dieser Projektlandschaft, die man dann vielfach etwas despektiert ist. Projektitis als Krankheit unserer heutigen Organisation bezeichnet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.